Schaffe ich einen Backflip in diese verschiedenen Formen? Ich habe erstmal mit dem Kreis angefangen und das war noch ziemlich einfach für mich. Also habe ich direkt mit dem Dreieck weitergemacht und ich habe es einfach ganz knapp geschafft. Als nächstes war dieser wunderschöne Stern an der Reihe und den habe ich bei der Landung einfach kaputt gemacht. Aber zählt natürlich trotzdem. Das Kreuz war einfach so schwer, dass der erste Versuch leider ein Fail war. Und das lag natürlich ganz klar an dem T-Shirt, weil ohne habe ich es direkt hinbekommen. Der Endgegner war einfach dieses winzige Herbst, in dem ich nicht mal richtig stehen konnte. Und weil ich mir echt nicht sicher bin, ob das zählt, müsst ihr mal kommentieren, was ihr denkt.